Hallo und herzlich willkommen und ich glaube, ich sollte noch mal die Szenerie bearbeiten. Nein, doch nicht. Das passt ja so. Ah, da sind schwarze Balken bei Pokémon Blattgrün. Siehst du das? Ja. Ja, und die lassen es so aussehen, als wäre mein Fenster völlig... als wäre das alles falsch. Alles falsch. Oh, verstrichene Zeit. Minus zwei Sekunden, minus eins und wir sind da. Nein, ähm, ich guck grad nur so in den Stream. Vielleicht kommen ja noch Leute dazu. Ich kann ja langsam machen, so. Ja. Ganz langsam. Ja, Zeit. Genau, wie angekündigt im letzten Stream haben wir hier jetzt nämlich einen Mr. Hase dabei. Wo wir ja vorher Mr. Fuchs dabei hatten. Ja. So, ähm, erstmal die Safe States alle laden. Das wäre wohl die beste erste Amtshandlung hier. Ist doch schön. Das Spiel rechts unten begrüßt uns vielleicht noch mit mit Servus. Was? Wo? Servus stand da gerade beim Hilfe-Minus. Achso, da stand noch Servus. Servus. Ja. Ähm, was wäre denn hier das nächste? Ach, Moment. Ich stelle auch mal die Farben ein bisschen anders hier. Auf dem einen. Nein, Moment. Ich wollte doch Grautöne haben. Ich hatte vorher immer Grautöne. Jetzt habe ich Gelbtöne in meinem Gameboy-Spiel. Ich will kein gelbes Gameboy-Spiel. Gameboy-Colors. Äh, auch nicht das wahre. Ich, ich mache ganz langsam. Wie gesagt, es sollen sich erstmal Leute hier einfinden. Wenn denn das passieren sollte. Ach, wir können doch mal einen ganzen Livestream machen, wo wir nur Einstellungen vornäumen. Was? Nein, lieber nicht. So, jetzt erstmal die Colors einstellen. Äh, Standard. Da haben wir es. Und, Moment, ich mache noch eine Option. Ich stelle noch was um, und zwar Real Colors. So, jetzt haben wir es. Uh, wir haben zwei Zuschauer. Hui, ja, einer bin ich. Ja, eben. Solange du der anderen nicht wirst, dann... Nein, ich, also ich, ich durfte ja eigentlich nicht als Zuschauer angezeigt werden, oder? Nee. Wenn ich das mal wüsste. Ähm, gut. So, wir, 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 wir müssen immer noch laden. Also, wir haben immer noch zwei, wo wir einen Spielstand laden müssen. Und ich habe tatsächlich noch von 2014 alle Spielstände. Das gibt's gar nicht, oder? Hier, 4. Juli, 2014. Da, wo wir das letzte Mal gespeichert haben, in... Da ruft jemand an. Oh, nein. Du bist heute direkt gefragt, glaube ich. Ich habe gerade übrigens gecheatet. Ich habe den Bildschirm benutzt. Hallo. Wer ist Wolf? Ach, das ist, das ist ein Tier. Jetzt haben wir Fuchs, Hase und Wolf. Ja. Okay, Leute, ich stehe auf der Nahrungskette. Ich sollte aufpassen. Fuchs, du hast den Wolf gescholen. Ach, da ist Wolf. Wolf ist ein... Upsala. Hab da gerade was umgeschmissen. Wir Feuerspucker sind sehr missverstandene Individuen. Ja, das glaube ich. Endivien. 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 Ja. Feuerspucker sind keine Endivien. So, äh, die Leute denken, wir würden unsere Pokémon mit Feuer gefügig machen. Aber das stimmt nicht. Und übrigens, mein, äh, äh, mein Ratzfranz ist in der Top-Prozentzahl aller Ratzfranz. Nein. Wir trainieren sie genau, äh, nee, ganz normal wie andere Leute auch. Nicht wahr, Magma? Möööööööö. Döööööööööööööste. Feuerspucken ist einfach nur ein Hobby für uns. Tüt! Danke, dass er mir das gesagt hat. Deine Mutter hat gar keine Bezeichnung. Meine Mutter? Ja? Was sagst du über meine Mutter? Ja, Alter, deine Mutter hat keine Bezeichnung, Alter. Nein, ähm... So, äh... Normalerweise müsste es ja jetzt weitergehen, aber tut es gerade noch nicht. Jetzt kann man hier... Ah, okay. Wir sind wirklich drin in der ganzen Geschichte. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ich sehe es kommen. Das wird grausam. So, ähm... Warum geht es da raus und da nicht? Und, äh... Wo muss ich eigentlich von Lavandier aus hin? Was habe ich denn das letzte Mal gemacht? Tja, zwei Wege. Entweder oben oder... Ja, das ist jetzt die Frage. Ich habe hier mal reingeguckt. Also, ich glaube, habe ich Gary schon besiegt gehabt? Ja, da warst du sicherlich drin. Ja. So. Oh Gott. Ah! Erstmal hoch, hoch, hoch. So. Da runter, runter, runter. Äh, nee, Moment, hä? Jetzt bin ich irgendwie ganz raus. Oh wei. Jetzt ist für uns alle die erste Stunde. Es ist die erste... Was? Frag mir doch in der Schule immer so. Achso. So. Okay, Gary hatten wir. Nee, dann, äh... Hatten wir den hier auch? Ah, nein! Hatten wir nicht! Da schädern auch rum, das ist doch schön. Nein! Das ist gar nicht schön. Wie sieht es mit meinen Pokémon aus? Du weißt jetzt, weshalb du hin musst. Servus! Ich will nicht ins Hilfe-Menü. Ah! Hilfe-Menü. Wie besiege ich Gary? Hilfe! Menü! Ach, aber zu! Wie? Was muss ich drücken, um wieder rauszuh- Oh, ich hab da irgendwie die falschen Tasten, glaube ich, gerade. Moment. Was steht heute im Menü gebratenes Kaper, oder? Oh man. Hey, ich bin bei einem Spiel aufs Fahrrad gewechselt. Cool! Oh man, ich muss mich hier echt wieder reinfinden. Das ist ja grausig. Äh. Ja, ich muss auch erst wieder mein Hirn so einstellen, dass ich auf vier Bildschirme gucken kann. Ja. Möchte ich Surfer einsetzen? Ja, ich will. Aber ich weiß nicht wie. Ja genau, bei einem Spiel kannst du noch keinen Surfer einsetzen. Das musst du erst noch irgendwie regeln. Aha. Das hatte ich noch mitbekommen von der letzten Aufnahme. Ich will sparen. Okay, dann spare ich kein Geld für dich. Was? Nein, ich will nicht sparen. Sparen ist eh doof. So, ähm. Ganz langsam. Erstmal Bisaflor gegen Tauburga. Das ist ja schon mal schlecht. Oh, das kann ich gleich mal wissen. Und da weiß ich, denn Pflanzen ist doch effektiv gegen Flug, oder? Oh, ich hab grad Probleme mit meinem Controller. Ich glaub, der reagiert falsch. Ich hab da die falschen Tasten belegt. Oh man. Ich muss da mal schnell was einstellen. Zum Glück ist das ja hier ein Livestream. Und da kann man machen, was man will. Mehr oder weniger. So, ähm. Button 9. Nee, äh. Welches war denn jetzt? Also, Button 1 ist... Welches ist Button 1? Das ist... Das ist 3 und das ist 4. Bei Hardgold, äh. Wirst du grad übrigens von... Wir haben schon mal von der Nubtur gerechnet. Ja, macht nix. Okay, also... Das ist A und das ist B. Das ist die Taste A. Hä? Das ist die Taste. Okay, also B ist ja schon mal... Das ist... Das muss aber A sein. Okay, also muss ich da X hinlegen. Oh, du fängst schon wieder mit Egel-Samen. Ah, Mann! Ich fängst mit dem Kampfkater. Oh nein. Okay, äh. Das hätte ich echt anders machen sollen. Okay, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte Y... Ach, du stellst du es in Hardgold rein. So, jetzt gucken wir mal. Wenn ich das nämlich jetzt so mache, äh. Jetzt macht er irgendwie gar nix mehr. Ah, okay. Doch, er macht das jetzt. Äh. Ich stelle nicht mit dem Champion-Titel. Okay, ich hab die Tasten vertauscht. Mist. Na, warte mal, warte mal, warte mal. Wir kriegen das schon noch hin. X. Wir haben Zeit. Ich hoffe, die Zuschauer auch. Y. So. Habe ich jetzt schon wieder mit Egel-Samen voll geegelt? Ist ja egelhaft. Ja, finde ich auch. Ist ja widelig. Oh nein. Widelig. So, das habe ich absichtlich gemacht. So, jetzt nochmal. Äh, jetzt haben wir es wieder auf dem Controller, würde ich sagen. So, ähm. Joy2Key wieder zu. Okay, jetzt kann ich mich wieder bewegen, wie ich will. Und wieso bewege ich mich in... Achso. Wieso bewege ich mich denn hier nicht in... Ah, jetzt, jetzt. Alles, alles klar, alles klar. Ich verstehe sowieso nichts mehr. Alles wieder am Laufen. Ja. So, ähm. Ich muss mich echt hier erstmal wieder reinfinden, also. Vielleicht haben ja die Zuschauer, die gerade noch die letzte Folge geschaut haben, ein paar Hinweise für uns. Ja, sowas wie... Wie Surft-Mann. Und besiegt gleichzeitig ein... Also, ich habe schon mal was hinbekommen. Hier, ich... Oh Gott. Oh, der nächste Fight, ja. Ja. Wenn alle in Fight sind, dann ist... Da, äh, bei... Was ist das alles? Silber, glaube ich. Silber. Ha? Da habe ich gerade die Textnachricht vorgelesen. Ha. So, und jetzt, äh, noch ein Zerschneider vielleicht? Tju. Ah, ich will nicht Turnupto ansprechen. Und ich will nicht gegen den kämpfen, boah. Oh, ja. Jetzt kommen nur noch Kämpfe. Direkt mal drei Kämpfe parallel. Ja. Ach, ich habe noch gar keinen Surfer in... In Hardgold, oder? Wie war denn das? Oh Gott. Ich bin raus. Ja, aber irgendwo kannst du noch nicht surfen, das weiß ich. Ja, eben. So, jetzt machen wir erst mal Zerschneider und Zerschneider, oder? Ja. Und hier Glut. Nein, nicht Glut! Oh. Das war eine schlechte Idee. Okay, äh, nochmal Zerschneider von Visaflor, nochmal Glut von Glurak. Die habe ich verloren. Ah. Und ich schicke einen Teil nach Hause, wenigstens in einem Spiel. So, äh. Ich schicke ihn nicht gleich nach Hause, wenn du verlierst. Was? Okay, und jetzt, äh, Schlitzer, Zerschneider. So. Und weg. Äh. Oh, du bist eingeschlafen. Was? Wo? Oh nein! Das ist gar nicht gut. Ich mache gleich Egelsamen auf Owei. So. Oh, Raserei von Glurak. Ich hoffe, das war kein Fehler. Glurak. Ja, mit, äh, du machst du erstmal einen schönen Strandspaziergang, ist auch nicht schlecht. Ja. So, ein Schlitzer und ein Egelsamen. Geht's hier lang? Was ist denn das? Ja, stimmt. Das ist ja auch irgendwas Neues. Kampfzone. Ja, aber was will ich in der Kampfzone? So. Aber dieser Floor schläft immer noch tief und fest und... Ich war als erster hier. Ich stehe schon die ganze Zeit an. Nö, 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 nö. Jetzt bin ich auspackt. Die Nummer 2 zu sein, dann stelle ich doch dazu. So. Es ist... Ah! Mein Visafloor ist aufgewacht und Egelsamen hat keine Wirkung. Warum wusste ich das nicht? Mist. Okay, ich gehe erstmal hier lang und kriege einen Kampf ab. Äh. Ich will flüchten mit Visafloor. So. Äh, okay. Versuchen wir es mal mit Rasierblatt vielleicht. Vielleicht ist das besser als... ...erste Kommentar live reinbekommen heute. Wow. Ein Hallöle. Hallöle. Hallö. So. Erstmal flüchtig mit Imperator. Wir begrüßen jetzt einfach jeden Zuschauer, so wie er uns begrüßt. Wenn er sagt, ey du Arsch. Nee. Nein. Nein. Also wenn jemand sowas sagt, dann... Ja, scheiß ich was zu tun, ey. Der wird natürlich zum Mod an. Gegen... Was? Ja, der wird sofort zum Mod an. Ein Exido. Hallo, ein... ...Punkt, Punkt, Punkt. Hallo, ein Exido. Mit ganz vielen Herzchen. Oh, jetzt Glutexido. Ich setze mal Egelsamen gegen Glutexido ein. Wenn du mit Feurigel Egelsamen einsetzt, wäre es dann Egelsamen? Egelsamen? Ich glaube, ein Feurigel hat keinen Egelsamen. Guten Abend. Nuten gabend. Was? Ich weiß es auch nicht. Oh Mann. Oh Mann. Dieser Floor brennt. Dieser Floor ist gerade in der... Habe ich irgendwas dabei? Kurz ein Ball werfen? Ich will kein... Ich kann... Ich habe einen super Trank. Ja. Stimmt, irgendeinen Hack, bei dem man einfach die gegnerischen Pokéman fangen kann. Scheibenkleister. Tornuptus rückelt gemütlich hinter dir her. Ja, bei den anderen ist es gerade nicht so gemütlich. So. Oh ja. Äh. Was denn nun jetzt? Ich will ja endlich mal meinen... Bisa Floor heilen. Ich finde das immer noch so großartig wie Bisa Floor. Das einzige Punkt, man das auch richtig kämpfen kann, die anderen sind alle unter Level 10. Okay, jetzt ähm... Was nehme ich denn? Nehme ich doch Egelsamen. Ich versuch's mit Egelsamen. Bitte. Ja, es wurde bepflanzt. Das ist das einzige, was du noch irgendwie ausrichten kannst. Ja. Okay. Die Verbrennung schadet ihm und... Oh Gott, ich weiß echt nicht, wo ich lang muss hier. So, Schlitzer erst mal von Glurak. Bin ich hier überhaupt richtig? Zumindest in Pokémon, äh, Silber. Ja, das wird... Aber wo kriege ich denn jetzt eigentlich Surfer her? Ich hab das immer noch nicht. Ja. Oh. Surfer müsstest du doch in dieser... Bei diesem Kimono-Gürser, oder? War doch was. War das da? Vielleicht weiß ich nicht, ob's jetzt bei Star-Cult auch so ist. Ne, da war doch nichts. Da müsstest es nichts... Da müsstest es woanders sein, ja. Aber wo? Komm schon, Blitz! Setz Blitz ein, Pikachu! Nein, ich glaube, ich verliere. Ich gucke mal schnell. Ja, bitte. Das geht nicht so. Oh Gott. 2.0, Surfer, Hardhold. Hast du es wirklich noch nicht? Oder hast du es nur noch wem, äh, noch nicht wem beigebracht, weil du kein Wasser-Pokémon hast? Nein, ich glaube, ich hab's noch nicht. Ich glaube, damit hat's aufgehört. So. Wo finden wir das denn damit? Komm schon, Carpador-Platscher! Hm. Das wird jetzt auch erst, wenn meine... Oh. äh, letzte Amtshandlung sein, bevor ich gleich zum Essen gehe. Habe ich dir... Boah. Hm. Ja, gewiss. Aber das muss ich noch tun, das ist meine Pflicht. Okay. So, in... Nee, das nicht. In Teak City gibt's auch Surfer, ja. In Teak City gibt's das? Meine Güte. Moment, äh, so, ähm... Weiter, erst mal. Ich geh erst mal hier rein. So. Dann geh ich mal nach Teak City. Brauchst du ein Lösungsbuch? Hab eins. Ja, unser Lösungsbuch heißt Google. Ich versuch mal zu flüchten mit Horn-Liu. Los, Horn-Liu, Giftstachel! Oh nein, nicht schon wieder Julian! No, Youngster Joey! Schade, und ich dachte, wir haben auf dem Meer keinen Empfang. Hast du ne Minute Zeit? Nein, hab ich nicht. Und meine Pokémon gehen mir langsam aus in der einen Edition. Oh, ist das schlimm. Ja, du hast mein Top-Percentage-Ratata gerade. Ja. Genau, das ist mein Top-Percentage-Ratatatata. Ratatata. Ja. So, erst mal ab nach Teak City mit der einen Edition hier. Mal ab nach draußen, bis gleich. Ja, viel Spaß. So, damit erst mal nach unten. Und das passt ja perfekt. Da kommt man ja jetzt nämlich da raus und da hoch. Und da kommt wildes Pokémon und mit meinem Top-Percentage-Ratatata mache ich jetzt einfach mal guten Schlag. Und bin in einem Pokémon-Center und ich glaube, das ist gerade auch eine super Sache. Aussenden, so. Erst mal hier. Ah, nein. So. Tornupto setzt Flammensturm ein. Und. So. Einmal Pokémon sind geheilt. Jetzt muss ich nur noch mal zusehen, dass ich hier irgendwann mal... Ah, da. Ich bin, ich bin, ich bin in Silber weiter. Ist ja Wahnsinn. Und ich bin, ich bin, ich bin auf Champions. Und ich bin, ich bin ein weitergegangen.